So, hallo Udo. Jetzt haben wir es 24 Uhr in Berlin, Rufa und Jönifel. Richtig. Der Bernie, den haben wir losgeschickt nach Ägypten, um Ersatzteile für der Harley zu besorgen. Und wir warten auf den jetzt gerade. Wir holen den ab. Wir hoffen, der hat alles dabei. Bernie, du bist ja ganz aufregend. Ich hab alles mit. Cool. Alle Ersatzteile. Und alles fit. Ciao. Also, ich sag euch was. Und vor allen Dingen dir, Udo. Also, wir haben die ganze Nacht geschraubt. Total fertig sind wir. Aber wir haben es geschafft. Ich bin nicht mehr. Ja, wir sind total nicht mehr. Aber es sieht gut aus. Schön, dass ich auch. Echt toll. Wie aus dem Bilderbuch. Wunderschön. Probefahrt. So. Probefahrt. So. Te desafMS. We are then. I don't know where toisp! My friends are literally particles that I do. And thank you enough, your students. Why isn't I